Willkommen. Im ersten Teil dieser Serie haben wir einen Blick auf die mögliche Fälschung und Erfindung unserer Geschichte geworfen. In diesem zweiten Teil wollen wir eine Tür zu unseren Erinnerungen öffnen und nach Relikten unserer Kulturgeschichte suchen. Ich beziehe mich hier meist auf Inhalte des Buches »Die Kultur der Frauenberge« von Andreas Ferch. Der Begriff »Kultur der Frauenberge« steht gewissermaßen symbolisch dafür, das, was in unseren Seelen ruht und schlummert, in unser Bewusstsein zurückzurufen. Und somit werden Urbilder offenbar, die jeder Seele unbewusst vertraut sind. Das mächtigste Urbild ist jenes von drei Frauen, die auf einem Berg leben und die Bedürfnisse der sie umgebenden Menschen bedienen. Es waren die Frauenberge, auf denen sie wirkten und welche die Landschaft in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen durchzogen. Auf ihnen wirkten in durchaus geschichtlicher Zeit die Mütter zum Segen allen Lebens. Die heidnische Frau Holle war das Vorbild für die christlichen Schutzmantel-Madonnen. Der Name der Frau Holle birgt das Heilige bereits im Namen in sich. Wir betreten eine Zeit, welche in unserem gewohnten Geschichtsbild einen Platz beanspruchen darf. Die Kultur der Frauenberge wurde überdeckt und überlagert mit all dem, was wir an Grausamkeiten der letzten fünf bis sieben Jahrhunderte kennen. In diesem Buch wird gezeigt, dass es tatsächlich etwas anderes gegeben hat, etwas, das so ist wie die liebende Zuwendung einer Mutter zu ihrem Kind. Es gab vor den Religionskriegen eine reale Kultur der Frauenberge, in der sich drei heilige Frauen um die Geschicke der Menschen, Tiere, Pflanzen und der Erde kümmerten. Als anschauliches Bild für dieses soziale Gefüge möge die sogenannte Schutzmantel-Madonna dienen, die wir in Mitteleuropa und den angrenzenden Gegenden noch zahlreich vorfinden. Eine Frau war es an den vielfältigsten Orten, die ihren schützenden Mantel über alle und alles ausbreitete. Die einfache, sorgsame Berührung durch die mütterliche Hand ist eines der ältesten und wirksamsten Mittel zur Heilung. Die Zeit ist nun gekommen, uns wieder vertrauter mit dem zu machen, was unseren Ahnen zu eigen war. Ein Annehmen all dessen, was dem Bewusstsein erlaubt, wieder zu Ganzheit und Wohlbefinden zu gelangen. Ein Verbundensein und eine Berührung, die Sicherheit und inneres Gleichgewicht bringt. Eine Berührung, die uns auf unserem Mutterboden erdet. Die ganze Kultur der Frauenberge war mutmaßlich davon geprägt. Sie basierte auf Mitgefühl, Barmherzigkeit und Liebe. Die Menschen suchten das Göttliche nicht im Außen, sondern sie besaßen eine, wie Goethe es nannte, Ehrfurcht vor sich selber, die es ihnen erlaubte, frei von Schuldkonflikten zu leben. Die Lebendigkeit der Natur war auch in den Seelen bildhaft geschaute Wirklichkeit und Hingabe. Die Ansprechpartnerinnen für alle Belange des Lebens wurden als heilig bezeichnet, weil sie heilend, gütig und segensvoll wirkten. In der Ergänzung und der gegenseitigen Achtung von Weiblichem und Männlichem lag und liegt noch heute ein ganzheitlich göttliches sein. Religionen, unter anderem die monotheistischen Religionen, lösten diese Kultur ab, wenn auch vieles im Untergrund fortwirken konnte. Mit dem Untergang der Kultur der Frauenberge verschwand auch die Kindheit, im Sinne von Unbefangenheit, der damaligen Menschen. Sie hatten fortan zu funktionieren, ihre Bedürfnisse wurden kaum gesehen und die bereits angesprochenen Kriege trugen ein Übriges zu dieser Verdunkelung bei. Von dem Geschilderten zeugen Hunderte von Sagen und Tausende von Flurnamen vor unserer Haustür. Davon gibt dieses Buch einen Einblick. Bliebe es bei der Betonung des Weiblichen alleine, wäre meine Darstellung allerdings unvollständig. Es würde der andere Pol fehlen, das Männliche. Das typische Bild des Männlichen ist, wie unsere lieben Frauen, in unseren Kirchen schon lange anwesend. Und das lässt uns fragen, wer die Baumeister dieser alten Kunstwerke des sogenannten Mittelalters eigentlich waren. Sie versäumten es wohl nur selten, einen oder mehrere grüne Männer abzubilden. Ein schönes Beispiel findet sich in der Elisabethenkirche im hessischen Marburg an der Lahn. Dieses lässt unschwer erkennen, was der grüne Mann symbolisiert. Zitat aus William Anderson, Der grüne Mann, ein Archetyp der Erdverbundenheit, Seite 17. Der grüne Mann steht für das Unbezähmbare, durch nichts zu unterdrückende Leben. Wenn man erstmal auf ihn aufmerksam geworden ist, trifft man überall auf ihn und er spricht zu einem. Er ist ein Bild aus der Tiefe der Prähistorie. Seine Ursprünge sind sehr alt, sie liegen weit vor unserem christlichen Zeitalter. In all seinen Erscheinungsformen ist er ein Sinnbild der Erneuerung und der Wiedergeburt. Zitat Ende. Hunderte Male können wir dem grünen Mann allein in Deutschland begegnen. Seine grüne Farbe weist ihn in Verbindung mit den sprießenden Blättern als einen Begleiter unserer lieben Frauen aus, als Partner der Göttin. Die Göttin wandelte seit dem 14. Jahrhundert etwa ihre Gestalt, vielmehr wurde sie verändert. Die Menschen verehren sie seitdem als Maria, aber auch in der Gestalt der Anna. Die christliche Legende sieht in ihr die Mutter der Maria. Name und Gestalt der zahlreichen Darstellungen der Anna-Selb-Dritt verweisen uns hier fast noch auf die alte Frauendreiheit. Die Menschen verehrten sie auch in der Gestalt der drei heiligen Frauen, Ambet, später Margareta, Wilbeth, später Katharina, und Borbeth, später Barbara. Sie taten und tun es auch, wenn sie die heilige Odilia anbeten. Ihre Namen sind so vielfältig, doch wesentlich ist, dass die Menschen immer wussten, dass es die Frauen sind, die das Leben einleiten, begleitend durch das Leben und auch beim Sterben helfend zur Seite stehen. Unsere Ahnen sprachen noch von der Tödin, wenn ein Mensch den physischen Erdenplan verließ. Als Christen bzw. deren Mittäter einst Kinder, Frauen und Männer als Hexen vieltausendfach dahin mordeten, trafen sie endgültig ins Herz des Wissens um die alte Weisheit, die mit der Kultur der Frauenberge verbunden war. Das Männliche wurde als Gegenpol des Weiblichen auch durch den wilden Mann vertreten. Wie der grüne Mann hatte der wilde Mann noch im 16. Jahrhundert seinen Platz in Deutschland, teilweise sogar noch später. Auch der wilde Mann ist ein Mann der Natur. Er wird oft groß bis riesig dargestellt und trägt häufig einen Baum oder eine Keule bei sich. Goethe dichtet über ihn in Faust 2 Die wilden Männer sind genannt, Am Harzgebirge wohl bekannt, natürlich nackt in aller Kraft. Sie kommen sämtlich riesenhaft. Der wilde Mann hat mehr Einzug in das Leben von Adelshäusern gefunden als der grüne Mann. Beide sind sich insofern ähnlich, als sie auf eine ältere Kultur verweisen, die in der Zeit der Renaissance offenbar noch einen festen Platz hatte. Der wilde Mann leistet auch praktische Lebenshilfe. Dies ist schön veranschaulicht in dem Märchen Eisenhans. Robert Blü schreibt, Dadurch, dass der Königssohn dem wilden Mann gefolgt ist, hat er den Weg der Kriminalität und der Selbstbeschämung vermieden. Stattdessen ist er hinaufgehoben worden zu dem, was groß in ihm ist. Ein weiteres grundlegendes und unverstandenes Motiv ist die auf einem Stuhl thronende Madonna mit einem kleinen männlichen Wesen auf ihrem Schoß. Dass es ursprünglich kein Kind war, zeigen viele schwarze Madonnen. Es ist ihr Begleiter. Sein ernst altes Gesicht verrät, dass es sich bei ihm nicht um ein Kleinkind handelt. Der Gekrönte ist der Heros seiner Göttin, die stets den Hauptplatz einnimmt. Im Matriarchat galt nach Ansicht von Heide Göttner Abendroth folgendes. Zitat aus Die Göttin und der Heros, 1980, Seite 6. Die Sonne ist das Symbol des Heros, des menschlichen Partners der Göttin. Männliche Götter gab es im materialistischen Kosmos nicht. Der Heros ist auf alle drei Phasen der Mondgöttin zugleich bezogen, aber der Liebesgöttin, die mit ihm die magische Hochzeit feiert, steht er am nächsten. Die Mädchengöttin initiiert ihn im Frühling, sie verleiht ihm die Würde eines sakralen Königs. Im Sommer vollzieht die Frauengöttin mit ihm das zentrale Fest, die heilige Hochzeit, die Land und Meer fruchtbar macht. Zu Beginn des Winters opfert ihn die Kreisinn-Göttin und führt ihn in die Unterwelt, aus der er am Anfang des nächsten Jahres geläutert wieder aufersteht. Symbolisch hat er durch sein Opfer nun den Tod des Kosmos überwunden. Zitat Ende Ist der fragende Mensch erst einmal auf das große Thema unserer Wirklichkeit aufmerksam geworden, so findet er einiges, was auf die hervorragende Rolle des Weiblichen in unserer Geschichte hinweist. So heißt es beispielsweise im Klappentext des Buches »Weib und Macht – 5 Millionen Jahre Urgeschichte der Frau« Kato der Ältere ermahnte im 2. Jahrhundert v. Chr. seiner römischen Mitbürger, all der Gesetze eingedenkt zu sein, mit denen die Vorfahren die Freiheit der Frauen gebunden und ihre Macht gebrochen hätten, denn sobald die Weiber uns gleichgestellt sind, sind sie uns überlegen. Dass Kato mit seiner Annahme von der Dominanz der Frau in frühgeschichtlicher Zeit recht hatte, ebenso wie 2.000 Jahre nach ihm J.J. Bachofen in seinem epochemachenden Buch »Das Mutterrecht« von 1861, dies nachzuweisen, haben sich vier Wissenschaftler verschiedener Disziplinen in ihrem Buch »Weib und Macht – 5 Millionen Jahre Urgeschichte der Frau« zusammengetan. Die Autoren sind zwei Frauen und zwei Männer. In dem 1979 erschienenen Buch findet sich folgende Textstelle, »Die Frau ist das von Anfang Angegebene, der Mann das Gewordene, sie die Ursache, er die Wirkung.« Dieses Axiom könnte man als das Grundschema aller frühen Schöpfungsgeschichten nehmen, die nur in Einzelheiten und in der Ausschmückung das immer gleiche Thema variieren. Zitat Ende Ein Kapitel des Buches heißt »Frauenherrschaften in aller Welt« Vor 30 Jahren schenkte mir eine feministisch orientierte Studentin das Buch von Elizabeth Gold Davis »Am Anfang war die Frau«, »The First Sex«. Darin finden sich Aussagen aus verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen, wie beispielsweise der Mythologie, Archäologie und Anthropologie. Erst vor wenigen Jahren erschienen die Bücher von Kirsten Armbruster. In »Gott, die Mutter« heißt es in der Buchbeschreibung, »Das Christentum wurzelt, wie alle drei monotheistischen Religionen, in einer Hirten-Nomaden-Ideologie.« Da das Hirtentum die Domestikation von Tieren voraussetzt, die Menschen aber den größten Teil der Menschheitsgeschichte als Wildbeuter lebten, können diese Hirtenreligionen nicht am Anfang von Religion stehen. Tatsächlich steht am Anfang Gott die Mutter als kosmische Mutter des Universums. Die Idee von »Gott dem Herrn« war und ist in Wahrheit eine bis heute nützliche Theologie zur Indoktrinierung und Zementierung patriarchaler Herrschaftsmacht, also eine politische Theologie. Eines der Hauptanliegen dieser politischen Theologie war es, Gott die Mutter abzuschaffen, sie durch Gott den Herrn zu ersetzen und die Mutter gleichzeitig zur Magd des Herrn zu degradieren. In dieser Streitschrift stellt die Autorin hierzu die neuesten sozio- und religionshistorischen Forschungen vor. Das Fazit dieses Buchs ist, wie könnte es auch anders sein, politisch und lautet »Das Bild von Gott dem Herrn, das mit einem den öffentlichen Raum dominierenden Männerbild einhergeht, hat ausgedient, denn eine moderne Gesellschaft sieht anders aus »Und Gott, die Mutter liebt Sex«. Mein Buch möchte auf die übersehene weibliche Kultur im deutschsprachigen Raum aufmerksam machen. Es möchte zeigen, dass die Spuren hier tatsächlich überall noch zu finden sind. Bezüge zu Ägypten, Indien, Irland und sonstigem Ausland zeigen nur, dass diese Kultur grenzenlos war. Dazu sei unter anderem auf die Arbeiten von Sir Galahad 1932 oder Derungs und Früh 2014 hingewiesen. Und weil gerade hier bei uns in Mitteleuropa die Spuren der Kultur der Frauenberge so zahlreich sind, reichen deren letzte Ausläufer bis ins 14. und 15. Jahrhundert hinein und kann nicht tausende von Jahren zurückliegen. In diesem Buch geht es darum, zu zeigen, dass matriarchale Strukturen nicht nur im fernen Asien oder sonst wo weit weg in Mitteleuropa anzutreffen waren und noch immer sind, sondern auch hier im deutschsprachigen Raum. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Matterhorn mit 4478 Meter liegt über Zermatt auf 1600 Meter. Doch zwischen Berg und Gemeinde liegt der Weiler Zmut. Diese Ansammlung von rund 20 Häusern hat eine eigene Kapelle. Diese ist auf die heilige Katharina geweiht. Auch die heilige Barbara und die heilige Margareta sind dort anwesend. So befindet sich die christliche Variante der drei heiligen Frauen am Fuße des Matterhorns in Zmut. Dieser Ortsname lässt vermuten, dass auch der Berg früher als Mutterhorn verehrt worden war. Auch drei weitere Ansiedlungen oberhalb Zermatt haben weibliche Kirchenpatrozinien. Die Kapelle zum See ist Barbara geweiht, Katharina und Margareta füllen die Seitenfenster der Kapelle. Zweimal so dicht am Mutterhorn besteht somit die Frauen Dreifaltigkeit. Andere Weiler in der Nachbarschaft sind Maria geweiht. Insgesamt eine sehr weibliche Gegenwart, noch heute. Bilder aus der Kapelle in Zmut mit den drei heiligen Frauen im Zentrum. Katharina in der Mitte ist an dem Rad unten zu erkennen. Jesus war hier lange Zeit ein Unbekannter. Die Welt war mutterrechtlich gestaltet. Das Christentum ist eine späte Erscheinung in der hohen Bergwelt. Die kleine Jesusfigur im Vordergrund spricht eine deutliche Sprache. Eiger, Mönch und Jungfrau in der Schweiz. Im Unterschied zum Christentum ist die matriarchale Naturreligion irdisch ausgerichtet gewesen. Mit Sinnesfreude waren die Tiere wesentlich, ebenso die Schönheit der grünen Wiesen und Bäume. Auch die Felsen und Berge wurden in die Weltanschauung direkt einbezogen. Wir kennen Felsengesichter in großer Zahl. Dass auch riesige Berge da keine Ausnahme machten, zeigt die Jungfrau dieser drei Bergriesen in den Berner Alpen. Wie kommt es überhaupt zu einer solchen Namensgebung? Die Jungfrau ist mit 4158 Metern der höchste und erhabenste Berg der Dreiheit. Rechts oben im Foto. Dennoch wird sie an letzter Stelle genannt und ist einmal mehr von zwei Männern begleitet. Die bereits stark patriarchalen Sagen sehen im Eiger einen Jäger. Ursprünglich dürfte es sich jedoch bei allen drei Bergen um weibliche Gestalten gehandelt haben. Der Mond im Foto oben gibt den Schlüssel dafür. Wie beim Mutterhorn steht auch die Jungfrau für die Weiße Göttin. Die Weiße Göttin wiederum ist die Mondgöttin mit ihren drei Aspekten Neumond, Sichelmond, Vollmond. Dieser Rhythmus wiederholt sich immer wieder neu. Spirituelle Frauen haben seit Jahrzehnten und Jahrhunderten hier vorgearbeitet und wesentlich dazu beigetragen. Heide Göttin Abendroth ist eine Pionierin auf dem Gebiet der Matriarchatsforschung, die mit offenem Sinn die Landschaft erwanderte und zu dem überraschenden Ergebnis in Bezug auf die Jungfrau kommt. Zitat aus Berggöttinnen der Alpen. Der Oberkörper zeigt ihre schneeweißen Brüste, die von zwei isolierten Bergkegeln an der richtigen Stelle geformt werden. Einer trägt den schönen Namen Silberhorn. Die Brüste stehen deutlich hervor und sind so spitz und jugendlich, dass an der Mädchenhaftigkeit der Jungfrau kein Zweifel besteht. Sehr nahe bei ihr, im hinteren Lauterbrunner Tal, gibt es Landschaftsnamen Busental, Buseneck und Busenalp mit Plätzen, wo man unmittelbar auf den Busen der Jungfrau blickt. So wird ihre Schönheit ausdrücklich gewürdigt. Zitat Ende. Machu Picchu in Peru. Der heilige Berg der Inkas in den Anden trägt die weibliche Silbe Ma. Drehen wir das Bild, ergibt sich ein gigantisches Gesicht mit dem Hauptgipfel als Nase. Die Stadt soll erst im 15. Jahrhundert erbaut worden sein. Die perfekte Architektur weist auf eine Hochzivilisation, die in Europa zu dieser Zeit, nach herkömmlicher Chronologie, undenkbar erscheint. Auf über 2000 Höhenmetern finden wir eine Bautechnik vor, also Quader- und Trockensteinmauerwerk, die in Europa 3000 bis 5000 Jahre zurückdatiert erscheint. Die Megalithkultur muss viel näher an unsere Gegenwart datiert werden. Die Steinsetzungen wirken an manchen Stellen des Sonnenheiligtums wie gegossen ineinandergreifend. Kein Blatt lässt sich in die fugenlose Mauer einschieben. Diese Kultur stelle ich mir von Priesterinnen geleitet vor. Der alte Berg, Machu Picchu, wird daher als ein südamerikanischer Frauenberg zu betrachten sein, gegründet auf einer uns fremden Technik. War die hohe Stellung der Frau dafür die Voraussetzung? Papst of Danu, der Tuatha de Danann in Irland und andere Busenberge. Tanar ist sprachlich verwandt mit Dana. Zwei Hügel in Irland heißen Papst of Danu. Gemeint sind Bezeichnungen der Tuatha de Danann, das Volk der Göttin Dana. Oft befinden sich in Irland alte Gräber großen Ausmaßes auf den weiblich geformten Bergen, auch hier bei den Papst of Danu. Für solche unverwandte Phänomene prägten Heide Göttner Abendrot und Kurt Derungs den Begriff Landschaftsmythologie. Die Menschen haben die Natur tatsächlich früher als die Landschaft ihrer Göttinnen erlebt und sie auch entsprechend bezeichnet. In Schottland auf der Insel Jura heißen die Bergbrüste der Göttin Paps of Jura. Auch in Schottland liegen im Gras die kleineren Maidenpaps. Auch der Name Maid lässt das Weibliche anklingen. Vergleichbare sogenannte Busenberge gibt es durchaus auch bei uns, etwa im deutschen Kornkreisland in Nordhessen bei Zierenberg, der kleine und der große Gudenberg. Hier habe ich besonders geforscht. Die Landschaft darum ist nicht nur von besonderer Schönheit, sondern hier ist die Heiligkeit erlebbar. Ein Frauenberg, der in diesem Fall auch tatsächlich so genannt wird, befindet sich im Nachbarort der Gudenberge in Niederelsungen. Gegenüber den beiden Gudenbergen, für Göttin, Gut, liegen die Helfensteine. Vergleiche in meinem Buch »Die Kultur der Frauenberge«, dort ist eine Steinskulptur auf den Helfensteinen abgebildet. Die Menschen kamen dahin, um von den Frauenpriesterinnen der Göttin Hilfe in allen Lebensfragen zu erbitten. Die Göttin wurde auch »Die Hilfe« genannt. Daraus schuf die katholische Kirche im 15. Jahrhundert die sogenannten »Vierzehn Nothelfer«. Dabei handelt es sich um elf Männer, die um den eigentlichen Kern, die drei heiligen Frauen, gruppiert wurden. Im christlichen Kontext heißen die Kunstfiguren Margareta, Katharina und Barbara. Ambet, Wilbet und Borbet und ähnliche Namensvarianten hatten sie zuvor in der heidnischen Zeit. Etwa unterhalb der Helfensteine, beim ehemaligen Burgstall Blumenstein, im Volksmund Wichtelkirche genannt, entspringt entsprechend der »Heilerbach«. Wenn diese Flurnamen mit helfendem, heilspendendem Bezug noch heute präsent sind, dann war diese Kultur der Frauenberger nicht vor Tausenden von Jahren, sondern nur vor Hunderten. Diese Segensorte gab es überall. Sie waren ein Ausdruck deutscher Kultur. In Thüringen gibt es die Gleichberge bei Röhmhild. Großer Gleichberg 679 Meter und kleiner Gleichberg 641 Meter. Über das Phänomen der zwei oder drei Gleichen ist ein zweites Buch zur Kultur der Frauenberge in Vorbereitung. Unsere Landschaft bringt in Bergen und Burgen noch unentdecktes heimatliches Gut, das von uns wieder wahrgenommen werden darf. Vielleicht fühlen sich dann die einst vertriebenen Wesenheiten, wie die Zwerge oder die Heimchen der Frau Holle, wieder eingeladen, die Gemeinschaft mit den Menschen zu suchen. Eisenach mit Wartburg und Mädelstein sowie abgegangener Burg. Schauen wir bei uns im Deutschen, da spielt die Sage des Tannhäusers in Thüringen an der Wartburg Eisenach mit der Wartburg in der Mitte zweier weiterer Berge. Merian 1647 Der rechte Berg heißt heute Methilstein, früher war es der Mädelstein. Links gab es einst eine Burg, wie auch auf dem Mädelstein. Es standen also drei Burgen auf Bergen nebeneinander. War es einst eine Dreiheit weiblicher Berge, wie bei Eiger, Mönch und Jungfrau? Die Frauenberge liegen oft in Sichtweite beieinander. Von der Wartburg schauen wir zum Hörselberg, der sprachlich mit der Ursel im schwäbischen Urschel zusammenhängt, ein weiterer der tausend Namen der Göttin. Daraus wurde dann die heilige Ursula gemacht, die in ihrem Gefolge 11.000 Jungfrauen gehabt haben soll. Tanne, Dana, Tannhäuser und Venus gehören zusammen. Die Venusberge sind Frauenberge, die Bezeichnung aber kaum noch vorhanden. Die jüngere Bezeichnung Venus stammt sehr wahrscheinlich von der älteren deutschen Bezeichnung Verena. Verena wurde insbesondere in der Gegend der heutigen Schweiz verehrt. Was sich noch findet, sind Begriffe mit Anna, der heiligen Anna, die Mutter der biblischen Maria. Die dreifache Göttin wurde im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts umbenannt. Unter Hinzunahme des Jesuskindes wurden statt der drei Frauen Mutter, Großmutter und Kind in hunderten von Kirchen gezeigt. Die Humanisten Johannes Tritemius 1461 bis 515 und sein Kollege Agrippa von Nettesheim 1486 bis 1535 erklärten jeder in eigenen Aufsätzen, warum die heilige Anna nun wichtig sei. Nötig waren diese Erklärungen, weil das Volk seit Jahrtausenden an die tatsächlich heiligen drei Frauen gewöhnt war. Das deutsche Volk erlitt einen Religionswechsel. In dessen Folge wurden Hunderttausende von Frauen ermordet. Die Inquisition soll angeblich bereits im 12. Jahrhundert oder noch früher eingesetzt haben. Doch wir kennen die Hexenprozesse tatsächlich vor allem zwischen 1450 und 1750, also in der Zeit des Entstehens des Christentums. Die gute Nachricht daran wäre, dass es viel Leid und viele Tote in den frühen Jahrhunderten unter Umständen gar nicht gegeben hat, wenn die Kirche doch erst in jüngerer Zeit entstand. Das wiederum würde bedeuten, dass, wie zum Beispiel in den Büchern von Karl-Heinz Deschner beschrieben, zum Beispiel Kriminalgeschichte des Christentums, Das vom ersten bis zwanzigsten Jahrhundert etwa die Hälfte nicht auf Tatsachen beruht, sondern lediglich Literatur wäre, vor allem die vielen Kirchenkonzile. Der Religionswechsel ging einher mit der Entmachtung der Frauen und zielte damit auf die Vernichtung des Lebens überhaupt. Dass wir heute die Natur schützen müssen, wäre im Matriarchat prinzipiell kaum denkbar. Erst der sogenannte abendländische Geist stellte sich gegen das Leben. Und dies ging einher mit der Katastrophe nach 1349. Es bedurfte aus Sicht der Anhänger des lebensverneinenden Geistes der Fälschung der Geschichte, um diesen bewussten Akt der Zerstörung zu verschleiern. Daher nannte Ludwig Klages sein Hauptwerk »Der Geist als Widersacher der Seele«. Die Mythologie berichtet davon, dass sich die Tuatha de Danann in die Hügel der Erde zurückzogen, nachdem die indogermanisch-keltische Eroberungswelle sie besiegt hatte. Hier stellt sich die Frage, gab es wiederholt solche patriarchalen Kriegswellen in Europa oder war es die eine wesentliche, die Peter Franz Josef Müller in seinem Buch »Meine Ansicht der Geschichte« von 1814 beklagte? Machen wir nun einen Sprung in die weite Welt und wir erkennen verwandte Landschaftsstrukturen auch in Asien. Kailash in China Kehren wir zu unseren Berggöttinnen zurück. Blicken wir auf das Dach der Welt, das Himalaya-Gebirge, das »am Himmel gelegene«, wie Erhard Landmann erklärte. Es handelt sich bei dieser Berggöttin wohl um den heiligsten Berg der Welt. Gleich mehrere Religionen stellen ihn in das Zentrum ihrer Verehrung, den Berg Kailash. Diese Berggöttin darf nicht bestiegen werden, sie ist voller Rätsel. Der Name Kailash wird mit »Kristall« übersetzt. Auf ihrer Spitze ist ewiger Schnee. Ich denke an die Schneekönigin des wissenden dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Ein gerne erwähnter Mittelwert für die Höhe des Berg Kailash ist 666 Meter über Meer, der auffällig mit drei weiteren Daten korreliert. Die Entfernung vom Mount Kailash zum Nordpol betrage ebenso 6666 Kilometer wie zum prähistorischen Steinkreis von Stonehenge in England. Und die Entfernung zum Südpol betrage genau das Doppelte davon, nämlich 3332 Kilometer. In der Numerologie wird die Zahl 6666 mit dem Absoluten in Verbindung gebracht und es ist wohl kaum ein Zufall, dass im Mount Kailash diese Zahl einkodiert ist. Dass die Zahl der dreifachen 6 erst im Rahmen der Bibel zu einer Teufelszahl gemacht worden ist, mag veranschaulichen, woraus Schneekristalle eigentlich bestehen. Wikipedia zeigt im Kailash-Artikel zur Mythologie der Berggöttin folgendes Bild und nennt es in patriarchaler Manier Shiva mit seiner Familie Parvati und Ganesha sowie Kartikea, umgeben von den Devas. Moderne Darstellungen zeigen Vater Shiva, Mutter Parvati und den Elefantensohn Ganesha. Das eigentliche Urbild ist ein anderes, nämlich die drei heiligen Frauen in ihrer Zusammengehörigkeit. Wie bei uns in Europa wurde aus der Göttinnen-Dreifaltigkeit eine heilige Familie, die von Shiva angeführt wird, bei uns von Josef, dem Vater Jesu. Es scheint, als habe eine geballte Macht die Verhältnisse auf der ganzen Erde verändert. Peter Franz Josef Müller hat sich zu diesen religiösen Fragen nicht ausgelassen. Ihm ging es um die Urgeschichte und die Ursprache. Die Verbindung zum Religiösen stelle ich her. Sie liegt in meiner Verantwortung. Wenn Müller zunächst eine bewusst herbeigeführte Katastrophe schildert und dann die Worte hinzufügt, Zitat, Alles Elend, was die Menschheit in den nachherigen Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag erlitten, war Folge dieser unseligen Umwälzung. So erlebe ich das wesensgleich mit der Ablösung oder Reset des Matriarchats in Europa durch die Männerherrschaft seit dem Humanismus der Renaissance des 14., 15. und 16. Jahrhunderts. Wir kennen doch die Bilder des Minnedienstes, des Liebesdienstes, welchen Männer den Frauen davor erwiesen. Und wir haben so viele Sagen und Märchen, die uns auch berichten, wie der Mann Prüfungen zu bestehen hat, um seine Königin zu ehelichen. Die Frau wählt ihren Liebsten aus, im Unterschied zu dem oft Gezeigten, dass der Vater seine Tochter gegen deren Willen vermählt. Die Orte dieses Geschehens dürften unter anderem auch unsere heimischen Frauenberge sein. Dazu später mehr in weiteren Teilen unserer Reihe im Nebel der Geschichte. In welcher Beziehung stehen nun Kailash und Parvati? Da wir von einer Göttin mit drei Aspekten sprechen, sprechen wir zugleich von drei Einheit. Kali verkörpert den dunklen Aspekt, ihre Bedeutung ist die schwarze. Und Kailash mutet in den ersten vier Buchstaben wie ein Anagramm von Kali an. Entsprechend heißt es bei unseren Sagen immer wieder von den drei Frauen, eine oder zwei sei weiß, die andere weiß und schwarz. Die Nornen spinnen das Schicksal, sie schenken uns das Leben, sie leiten durch das Leben und sie nehmen das Leben auch wieder. Letzteres steht für den als dunkel empfundenen Aspekt. Doch in der Natur ist alles in einem Prozess des Werdens und Vergehens. Oder, wie Goethe es auf den Punkt bringt, solange du dies nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Oder auch im Kleinen. Im Atemholen sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Watzmann, ursprünglich weiße Frau, bei Berchtesgaden Auch am Watzmann gibt es das Bild einer Familie, wie hier auf dieser Postkarte zu sehen ist. Die Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendrot schreibt dazu, der Ausdruck Watzmann-Frau sei absurd. Die sieben Kinder sitzen in ihrem Bergschoss zwischen den beiden weißen Mondhörnern. Sie meint daher, der ganze Berg sei einst die Watzfrau gewesen. Vom Begriff Watz über das umgangssprachliche Woatz gelangen wir zu Weiß. Die Stadt Berchtesgaden meint tatsächlich diese wunderschöne Landschaft mit der die Landschaft dominierenden Berggöttin. Perchter entspricht in der südlichen Alpengegend etwa der Frau Holle in Hessen und Thüringen. Im Norden gibt es den Namen Frau Gode. Diese gute Frau ist wohl auch bei den oben genannten Gudensbergen gemeint. In den Bergen der Alpen haben sich die traditionellen Verehrungen der Göttin länger erhalten als in nördlichen Gebieten. Noch heute gibt es den Berchtenlauf in den heiligen Rauhnächten. Der 6. Januar ist der Höhepunkt. Früher war dies der Berchtattag. Seit wenigen Jahrhunderten haben sich stattdessen die erfundenen heiligen Drei Könige des Tages ermächtigt. Und der Feiertag ist der Erscheinung des Herrn Epiphanias geweiht. Der Hohemaisner gilt als der Berg der Frau Holle in Nordhessen. Frau Holle verkörpert alle drei Aspekte der großen Göttin. Im Märchen Frau Holle wird sie als Wetterschöpferin beschrieben, also als helle Himmelsfrau, die etwa in Bergesgipfeln wohnt. Rote Göttin In ihrem Reich stehen Apfelbäume, denen sie Fruchtbarkeit verleiht, also ist sie auch die Erdmutter. Der Holunderbusch hat seinen Namen von ihr als Holda oder Hulda. Schwarze Göttin Als Hüterin der Seelen, ihren Heimchen, in der Unterwelt, wird sie in Berührung mit der Wandlungsfähigkeit gebracht, sie heißt dann Hel und ist die Todesgöttin. Dass Christen daraus eine Hölle konstruierten, gehört zur übergestülpten Dramatik unseres Volkes. Nun gibt es hier, wie bei der mächtigen Watzfrau in Berchtesgaden, eine parallele Namensirritation. Karl Päthoff stellte in verschiedenen Büchern eine Vielzahl mehr Ansagen zu Frau Holle zusammen, als das die Brüder Grimm taten. In einem völlig vergriffenen Buch heißt es, der Meissner habe vorhin der Wissner geheißen. Aus Frau Hollesweg, Eschwege 1959, Seite 143. Also wäre der wohlmöglich richtige Name Weissner statt Meissner. Dies mag sich dann auf den Aspekt der Weißen Göttin beziehen. Das mag der nahe am Weissner gelegene Ort Weissenbach bestätigen. Das Dorf hat Flurnamen wie Heilige Berg, Heilige Land, Heilige Wiese, Weissenbach und auch eine Rosttrappe wie im Harz. Wenn in der kalten Jahreszeit der Schnee um den Weissner herum noch nicht angekommen oder bereits getaut ist, zeigt der 754 Meter hohe Berg eine weiße Kuppe, wo sonst wieder das Grün eingezogen ist. Eine Sage veranschaulicht, wie dieser Frauenberg, ohne so benannt zu werden, beschrieben wird. Zitat aus hessische Sagen, Düsseldorf, 1979, Seite 83. Sagenhafter Berg Der Weissner, in Klammern Meissner, liegt ungefähr eine Meile wegs von der Stadt Eschwege entfernt. Er wird für den allerhöchsten und größten Berg in ganz Niederhessen gehalten da man von ihm aus nicht allein das ganze Niederfürstentum Hessen, sondern auch das thüringische, eisfeldische und ein Guteil braunschweigisches, wie auch übers Hessenland hin in das hohe waldeckische und kölnische Gebirge hinauf, in das Stift Fulda und nach Franken sehen kann. Es ist lange Zeit mit Schnee und Eis überzogen und vielleicht daher der Weissner genannt worden. Dieser Berg ist eine stattliche Wildbahn gewesen, aber auf Bitte der Untertanen wegen des ihnen von dem Wild zugefügten merklichen Schadens veräset worden. Doch gibt es auf ihm noch viele Rehe, zuweilen wilde Schweine, zuvor auch Bären. Oben auf dem Berg hat es einen Platz, fast dreiviertel Meile lang und vieltausend Ackerbreit Wiesen mit schönen wachsendem Gras, daher ist eine treffliche Viehzucht an diesem Berg. So wachsen dort auch allerlei stattliche als Arznei und für die Lustgärten dienliche, teils auch unbekannte Kräuter. Daher sind zu Friedenszeiten jährlich zu bestimmten Zeiten Leute aus fremden Ländern zu diesem Berg gereist, die herrlichen Kräuter einzusammeln. Zitat Ende. Von der Ostseite des Meissners schaut man auf den kleinen und großen Leuchtenberg. Der kleine Leuchtenberg war früher ein Ottilienberg mit einer Kapelle der heiligen Odilie, darum wohl ein Frauenberg. Professor Heinz Kaminski, ehemals Sternwarte Bochum, hat in seinem Buch Sternenstraßen der Vorzeit von Stonehenge nach Atlantis sogenannte Sternenstraßen ausfindig gemacht, die schon in frühesten Zeiten vor Jahrtausenden unseren Ahnen ermöglichten, die Landschaft zu markieren, um daraus verschiedene Erkenntnisse zu gewinnen. Stonehenge und Wormbach in Nordrhein-Westfalen liegen ebenso auf einer dieser Sternenstraßen wie in Hessen unter anderem Gudensberg und Eschwege, beides Orte mit Frauenbergen. Der weiße Aspekt der dreifaltigen Göttin ist, auf die drei Beten bezogen, Wilbett. Dass Frau Holle mit Wilbett in Beziehung gebracht werden kann, zeigt eine Sage aus Österreich und ihre Deutung durch Inge Reschrauter. Aus Unser keltisches Erbe, Seite 207 folgende. In einer Kärntener Sage führt die Frau im weißen Gewand mit langem goldenen Haar eine Schar verstorbener Kinder bei Hollenburg über die Draubrücke. Welch schöner Gedanke! Sie führt die armen Kleinen wohl in ihren himmlischen Palast, in das Reich der Holden, die Hollenburg. Gedanken solcher Art mussten Eltern früh verstorbener Kinder Trost gegeben und das Einfügen in ein unbänderliches Schicksal sehr erleichtert haben. Die heilige Gestalt dieses Beten-Aspektes, die den milden Schein des Mondes ausstrahlt, muss für die Menschen ungemein beglückend gewesen sein, gab sie doch der dunklen Nacht, die als Zeit des Todes galt, Licht. Wilbeth war die Göttin, welche den Lauf des menschlichen Geschickes bestimmte. Vom Werden aus der Erde bis zum Zurückkehren in die Erde, in einem ewigen Kreislauf ohne Anfang und Ende. Das Attribut der Göttin war daher das vierspeichige oder zwölfspeichige Rad, das sowohl den Jahreslauf, vier Jahreszeiten, zwölf Monate, als auch den ewigen Kreislauf allem Seins darstellte. Der Blick vom Weißner nach Osten zeigt unter anderem die Wartburg und links den Heldra-Stein, vermutlich ein weiterer Frauenberg an der Werra, der sich möglicherweise auch auf Frau Holle bezieht. Die Frauen vom Dach der Welt Berge repräsentieren die große Mutter vielleicht häufiger als andere natürliche Objekte. Sie waren in jedem Land die Brüste, der Bauch oder der Mons Veneres, der Erde und das Paradies, in dem die Götter leben. Chromolungma ist der ursprüngliche weibliche Name vor der männlichen Umbenennung zu Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, mit der Bedeutung Göttin, Mutter des Universums. Die Endung Ma entspricht dem weltweiten Vorkommen Mama. Dicht dabei erhebt sich Annapurna mit ihrer Doppelspitze, mit der Bedeutung die Speisevolle. Hier erscheint unsere heimische Göttin Anna oder Dana im Namen. Nochmal Barbara Walker zitierend, Schneebedeckte, brustartig geformte Berge wurden als Quelle der Hilfe oder Nahrung der wohlwollenden Göttin angesehen. Bei uns wurde und wird gebetet, Maria Hilf. Hans-Christoph Schöll schreibt zu der, in Anführungszeichen, Hilfe, Zitat aus Die Drei Ewigen, Seite 57. Gott hat viele Namen. Dies Wort galt immer und überall, wo göttliche Mächte verehrt wurden. Einer dieser Namen für die göttliche Frauendreihheit im alten Germanien war Kalb, gleich Helferin. Wir dürfen dabei auch an die drei Nothelferinnen innerhalb der 14 Nothelfer denken. Hier wurden elf Männer benutzt, um die drei Frauen in die Minderheit zu zwingen. Die drei heißen in der schon erfundenen Kirchengeschichte im Volksmund, Zitat, Margarete mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl. Im Ursprung waren es stets drei Bezeichnungen der dreifaltigen Göttin. Es ist tatsächlich die Göttin und nicht der Gott, die tausend Namen hat. In dem Sanskrit-Namen Kalb, der auch bei uns vertraut war, klingt die Kali an. Gemeinsam sind die Konsonanten KL. Nanda Devi ist der Name einer weiteren Bergresin im Himalaya. Er bedeutet gesegnete Göttin. Weiter heißt es bei der bestens informierten Barbara Walker, Zitat, Die Nordeuropäer nannten die Heimat der Götter Himinbjork, Himmelsberg. Die Götter lebten auf dem Schoß der großen Mutter. Zitat Ende. Ein Schoß im symbolischen Sinne kann etwa ein Gletscher sein, wie bei den folgenden Beispielen zu sehen ist. In unserer Ursprache ist es nicht weit bis zum Schloss, das so oft auf einem Frauenberg stand und samt den drei Frauen dann aber versank oder unterging. Siehe auch die Wortverwandtschaft von Burg und Berg, Dvergo, Jungfrau. Nun folgen einige bewusst kurze Beispiele aus Bayern, entnommen dem so wertvollen Werk von Friedrich Panzer, 1848, neu herausgegeben von Will Erich Peukert, Göttingen 1954. Die Hügel und Schlösser stehen auch vertreten für kleine Himmelsberge. Es ist zu beachten, dass dies oft Augenzeugenberichte mit genauen geografischen oder historischen Angaben sind, im Unterschied zur Gattung des Märchens. Zitierend aus Bayerische Sagen und Bräuche, zweiter Band. 23. Auf dem Schlosse Warnbach zwischen Griesstedt und Altenhohenau, nächst am Inn, wohnten drei Frauen, welche die Leute öfter weinen und klagen hörten. 33. Der Hirmon bei Murnau. Auf diesem Hügel wurde öfters ein Fräulein gesehen, welches einen Schatz hat. Es wurde schon nach Schätzen gegraben. 53. Auf der Esterbirg soll ein Schloss gestanden sein, welches aber versunken ist. Von da nach Theining soll ein unterirdischer Gang ziehen. Auf dem Steuerblatte des Landgerichts Landsberg liegt die Oedenburg. Bei Hagenheim ein Wald frauenweit. Bei dem nordeuropäischen Himmelsberg kann man an den Magnetberg denken, der im 16. Jahrhundert noch gezeigt werden durfte. Die beiden folgenden Bilder stammen von dem in Löwen geborenen Geograf und Kartograf Gerhard Mercator 1512 bis 1594. Da er schon zu Lebzeiten für den fiktiven Ptolemäus gehalten wurde, dürfte Mercator tatsächlich hinter diesem antiken Wissenschaftler stecken. In lateinischer Schrift wurde der Magnetberg auf der folgenden Karte Mercators als Rupes Nigra bezeichnet. Womöglich meinte Michael Ende in seinem Kinderbuch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer diesen Berg, der mutmaßlich höher ist als unsere bekannten Achttausender. Auf beiden Karten ist der Magnetberg eingezeichnet, auf der zweiten sogar ein zweiter vor Asien. Aus dem Meer um den zentralen Magnetberg ergießen sich vier Flüsse. Diese erinnern an die vier Paradiesflüsse, die in der Bibel genannt werden und in der Realität umstritten sind. Rund um den Kailash entspringen auch vier Flüsse. War das Urbild dafür am Nordpol? Mercator hatte Vorläufer, unter anderem den Oxforder Franziskaner Nicholas of Lynn, von dem aus dem 14. Jahrhundert keine Lebensdaten bekannt sind. Die Spuren wurden absichtlich verwischt. Interesse an dem Magnetberg zeigte auch der aus England stammende späte Humanist und Allround-Wissenschaftler John Dee, 1527 bis 1608, auch bekannt als erster 007-Spion. Diese Gestalt erinnert an den Jahrhunderte später wirkenden Aleister Crowley, 1875 bis 1947, wegen der übersinnlichen Experimente der beiden berühmten Männer. Deren sonderbare Tätigkeiten muten an wie die Vorläufer des CERN-Wahnsinns in der Schweiz. CERN ist die Europäische Organisation für Kernforschung. Ich fasse den Begriff der Frauenberge weit und verzichte noch bewusst auf eine genaue Definition. Noch wissen wir zu wenig über sie. Die Sammlung des Materials steht noch im Vordergrund. Grundsätzlich muss ein Frauenberg kein richtiger, sichtbarer Berg wie in den vorherigen Beispielen sein. Einer der bedeutendsten Frauenberge Europas sind die EXTERN-Steine im Teutoburger Wald. Hermann Wirth leitete den Namen vom Eckenstahn her, dem Mutterstein, und fügt ausdrücklich hinzu, zitierend aus der neue EXTERN-Steine-Führer Marburg 1969, wahrscheinlich auch Eckhansdahn-Mütterstein, also bereits die dreifaltige Mutter in der Pluralform. Es waren die Wirkensorte der besonderen heilspendenden Qualitäten der drei heiligen Frauen, der drei Beten und ihren Helferinnen. Oft sind die Namen verschwunden oder sie sind abgewandelt in Fronberg, Venusberg, Frauenstein und so weiter. Liebfrauenberge gibt es in einigen deutschen Städten, etwa in Frankfurt am Main, Worms am Rhein, Goslar im Harz oder in Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz. Das sind höchstens Hügel, keine richtigen Berge und dennoch tragen sie noch heute den Namen Frauenberg. Sie sind überall in der Landschaft zu finden. Wesentlich häufiger sind die Liebfrauenkirchen. Der dazugehörige Berg wird nicht mehr genannt. Ein wichtiger Ort ist die Nornenstadt Nürnberg. Oft werden die Frauenberge mit Türmen oder Burgen, wo Geborgenheit herrschen kann, eben etwas Mütterliches, später mit Kirchen in Verbindung gebracht. Frauenberge können mitten im Wald verborgen liegen und es ist gar nichts mehr zu sehen, vielleicht ein paar Steinhaufen. Auch wenn die physischen Spuren verwischt sind, so finden wir die Frauenberge in unseren Sagen und in unseren Flurkarten. Route und Pendel sind eine weitere Quelle, um systematische Ergebnisse zu erhalten. Insbesondere die Lächer-Antenne kann dazu beitragen. Betrachtet man das Bild der Stadt Würzburg in Bayern, so können wir ahnen, dass die Frauenberge Ausgangspunkt zahlreicher Stadtgründungen waren, aber unabhängig von diesen, die wohl in der Masse erst nach der Katastrophe von 1349 in anderer Gesinnung zur Zeit der Entstehung des Christentums erfolgten. Die Städte in heutiger Gestalt waren wohl europaweit nach Kriterien der Geheimgesellschaften angelegt worden. Diese sind in der Öffentlichkeit allerdings unbekannt, ja, ungeahnt. Auf dem Holzschnitt von 1548 sieht man den Frauenberg mit Namen Unser Frauenberg außerhalb und über der Stadt drohnen, bevor dann später eine gigantische Festung daraus gemacht wurde. Gerade in unseren Wäldern finden sich viele Beispiele von Burgen, die auf ihr regionales Umland weiblich ausstrahlen. Das in diesem Video dargestellte ist nur ein Ausschnitt aus der Kultur der Frauenberge in qualitativer Hinsicht und weltweiter Ausbreitung. Die Kultur der Menschen spielte sich ja nur zu einem kleinen Teil in den hohen Bergen ab, was allerdings früher wegen anderer klimatischer Bedingungen auch anders gewesen sein kann, denken wir an das 2400 Meter hochgelegene Machu Picchu. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020